Ich lerne Deutsch. Nummer 13.810 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich habe alle Informationen verwendet, die du mir gegeben hast. Was soll da jetzt noch fehlen? Ich habe alle Informationen verwendet, die du mir gegeben hast. Sie hat das Projekt abgeschlossen, aber es gab einige Probleme. Sie hat das Projekt abgeschlossen, aber es gab einige Probleme. Aber zeigt, dass obwohl das Projekt abgeschlossen wurde, es dennoch einige Probleme gab. Ich verstehe nicht, warum wir heute wieder so schlecht gespielt haben. Ich verstehe nicht, warum wir heute wieder so schlecht gespielt haben. Jetzt brauchen wir nur noch etwas Glück, dann könnte es klappen. In der Bibliothek herrscht eine angenehme Stille. Hier kann man in Ruhe ein Buch lesen. In der Bibliothek herrscht eine angenehme Stille. Hier kann man in Ruhe ein Buch lesen. Hier kann man in Ruhe ein Buch lesen. Durch Veränderung können wir uns selbst besser verstehen und unsere persönlichen Ziele klarer definieren. Die ersten drei Sonnenkollektoren sind seit vielen Jahren auf dem Haus. Danach haben wir weitere Kollektoren auf dem Dach des Anbaus installiert. Die ersten drei Sonnenkollektoren sind seit vielen Jahren auf dem Haus. Danach haben wir weitere Kollektoren auf dem Dach des Anbaus installiert. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und dann wieder auf dem Dach des Anbaus installiert. Und dann wieder auf dem Dach des Anbaus installiert. Vielen Dank.